also 28 und kann man sagen eigentlich ein halb ein paar quests noch zum abgeben jetzt gibt es nicht mehr so viele Lippie, weil ich nicht mehr erholt bin nicht looten, nicht looten, oh mein Gott den hätte ich umgehen können ok ich probiere jetzt so viele zu umgehen wie ich nur kann mit meinen akrobatischen Schamanen Fähigkeiten im Toten des Kunstsprungs zu viel muss ich gar nicht umgehen, das war noch früher, warte, viel länger da ist er schon der Gerenzo, genau komm Erdschock, bam so und das war's ok Wasser wandeln läuft nicht mehr zum Glück der Chisel der Chisel der Chisel du wartest auf mich, das ist aber nett Scherwan das ist sehr nett wenn es wirklich jedes mal ein Level abwertet das wäre cool wäre schon 90 das wäre Okay aber Da hast du den Zahn. Oh ja, gib mir meine Kette. Oh mein Gott, wie es einfach nur der EP-Balken steigt. Steigt. Jetzt muss ich mich natürlich auch total beschissen mocken. Dann, wenn ich irgendwelches Equipment habe. Asche zu Asche. Ja, dann nehme ich, genau nehme ich die Brust. Okay, bei dem Melden. Ähm. Da ist er doch. Der kleine Kerl. Ne, das ist er gar nicht. Tötet 20 Gnom-Ingenieure und 5 Gnom-Klopfer. Okay. Ich muss die, ja. Jetzt geht's ab. Jetzt bin ich die Rosi. Sag mal, magnetische Anziehung zieht alle metallischen Gegenstände vor Rosi an. Einschließlich Ingenieure. Komm mal. Komm mal her. Oh, das habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen. Okay, dann muss ich werfen. Lohn. Boah, Deep Freeze. So, jetzt kommt mal hier her. Aber ich glaube, so geht es doch auch, oder? So geht es doch sogar noch viel schneller, wie das Magnetisieren. Okay. Okay. Er braucht schon hier den Magneten. Krass, den aufs Tasche der Schrecken. Ja, den kenn ich. Stirb, stirb, stirb. Der war gar nicht mehr hier. Was ist da noch? Da ist noch jemand. Der war grau. So, finito. Oh, ein Prozent EP fehlt mir noch. Müsste ich nur irgendeinen Beat entdecken. Sprech mit Unteroffizier Don Trak in den ausufernden Tiefen im Steinkrallgewirr. Das ist der Unterhalt in der Höhe. Ich weiß es. Ich weiß es. Aber, was mache ich jetzt hier? In der anderen Quest. Oh mein Gott, Gnomeningenieure muss ich noch töten. Ich muss noch Gnomeningenieure töten. Okay, lass mich nur mal da reinstellen. Nimm die Fallschaden? Nein. Die behalte ich. So, fertig. Da unten drin ist der andere Quest geben. Da habe ich es jetzt gleich natürlich, ne? Extremst logisch verknüpft. Sammelt zehn Ersatzteile und tötet Elementare. Oh, da ist noch eine. Was liegt an? Rette zehn verängstigte Peons. Arbeit, Arbeit. Das ist doof, warum kriege ich jetzt in meinem Portrait nicht mehr angezeigt? Nur wegen dem beschießenden Apparat? Pion, komm, reich mir deine Hand. Ich hilf dir. Ich helf dir. Die armen Zäcke, oder? Ja, Ampäons. Also ich werde aber mindestens, ja, ich bin jetzt 29, bis ich die Quest hier unten fertig bin. Ich glaube, das sind drei Stück, plus eine da oben nochmal abgeben, die mit dem Flammenwerfer, ne? Apparat. Dann bin ich bestimmt 30 und da werde ich aber noch entweder auf 31 oder 32 spielen. Also ich werde nicht sofort loslegen mit BGs. Aber das geht ja flott. What the fuck? Das geht ja, ne? Oh, jetzt gibt es hier gar nichts mehr. Doch, die respawnen schon. Die Pions sind schon wieder da. Das ist ja, das ist ja wie ein Dragons Prophet. Der respawn von den Eventgegnern. Das war genau so. Kaum hast du einen angeklickt, war er schon wieder da. So, lass mal gucken. Ähm, oh mein Gott. Verklickt? Ob jetzt hier mein... meine Mucke geht. Ey, ich könnte kotzen. Ich krieg Blank. Ja, okay. Die funktioniert. Pions sind genug gerettet. Mehr brauchen wir, ne? Du kannst ruhig hier drin bleiben. Mit deiner Schi-Sakara. Mit deiner Schi-Sakara. Oh, die habe ich auch gleich. Ich bin schnell fertig hier. Und hier unten gibt es keine Folge mehr. Es freut mich noch viel mehr. Ich bin sowieso nicht sogar in Höhlen unterwegs. Auch wenn in WoW prinzipiell fast alle Höhlen gleich aufgebaut sind. Zumindest die kleinen Höhlen. Die jetzt nicht gerade. Wo sind die Ersatzteile? Eins noch, komm. Das wird doch hier am Anfang liegen. Pytho. Lass hier ein Ersatzteil liegen. Da vorne. Ich sehe es glitzer. Ich sehe es glitzer. Jau. Jau. Es ist schön, dass ich helfen konnte. Vorwärts zum Sieg. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Bring die Kiste mit den Ersatzteilen zu. Ober... Spreng die Ingenieurin. Bombegutze. Und da kriege ich... Ein Gürtel. Schön, schön. Aber ein Gürtel habe ich schon. Brauche ich eigentlich gar keinen. Der ist auch nicht wirklich besser. Trefferwert. Eigentlich müssen wir durch den Account-Kram doch schon genug Trefferwert haben. Aber da ist nur Crit und Tempo drauf. Da ist Trefferwert, da ist Trefferwert drauf. Da ist Abhärtung, okay, PvP-Teil. Crit-Tempo. Da ist Crit. Hä, da ist wirklich nirgendwo Trefferwert drauf. Hier vielleicht noch auf dem Kolben. Na auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht.